Hallo meine Damen und Herren, heute möchte ich mit Ihnen eine weitere Kalkulation durchführen, also eine weitere Kostenträger-Rechnungsaufgabe. In einer Maschinenfabrik haben wir einen Auftrag zu kalkulieren. Für diesen Auftrag liegen folgende Daten vor. Der Verbrauch an Rohmaterial, der Fertigungslohn pro Stück in der Fabrikation bzw. in der Montage, Vertreterprovision pro Stück, Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten, die Kosten für den Fräsautomat, die Nutzung für den Fräsautomat, also wie lange wird er benötigt und Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten. Mit diesen Daten sollen Sie die Selbstkosten dieses Auftrages ermitteln. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die müsste relativ zügig funktionieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Die Auflösung werden wir dann in einem der nächsten Screencasts gemeinsam durchsprechen. Bis dahin viel Spaß. Ihr Stefan Haugrund. Bis dahin viel Spaß.